Hallo meine liebe Damen und Herren, hier bin ich noch mal letztes Mal hier. Den Begriff kennt ihr schon mal. Hier haben wir Bruder. Hier haben wir Schwester. Hier haben wir Geschwister. Unser Thema, das Begriff ist Geschwister. Alle Konzentration, eure Aufmerksamkeit. Und wo ist Geschwister? Ist er hier, hier oder hier? Was denkt ihr? Soll wir das lösen? Seid ihr bereit? Hier ist Geschwister. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr habt die Lösung gefunden. Hier war die Geschwister. Hier war die Schwester. Hier war die Bruder. Also, Dankeschön, dass ihr alle mitgemacht habt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Geschmitter. Also, da war die Bruder. Hier war die Bruder. Das war die Bruder. Nein, das war die Bruder. Ein Mann, der Bruder.